soll ich euch mal den schönsten klang dieser welt zeigen ja glaubst mir nicht okay ich habe mir ein bisschen laut davor gestellt war ein kleiner fehler aber erst mal darauf ein schluss okay oder ein paar stücke mehr so meine freunde auf jeden fall herzlich willkommen zu einem neuen video und wir reagieren heute ja auf den kuchen tv ich glaube das erste mal dass wir auf den reagieren heute auf das video die hundertprozentige wahrheit zur jina thematik habe ich sie geschlagen ich nehme an jinas seine freundin oder ex freundin keine ahnung abk hat in seinem video gezeigt gehabt da war so ein live stream so ein videoausschnitt screen recording von seiner freundin frau ex was auch immer die wohl geschlagen worden ist die darum geholt hat und hier äußert sich wohl kuchen tv wurde mir geschickt dass ich darauf unbedingt reagieren muss ja okay let's go bin ich mal gespannt was war das denn der löst die hand von der kamera und fängt direkt an zu weinen oder wie krass ok oder ist das hier irgendwie arse mehr wein geräusche oder wein geräusche oder wein ich glaube ich glaube dieses video wird meine youtube karriere komplett zerstört das ist mir gerade einfach egal wir können es ja schon am titel erkennen ich glaube ich jeder weiß auch was ich jetzt sage es geht um diesen china live stream wir haben ja die ganze zeit gesagt dass ihr nichts mehr dazu sagen aber ich möchte jetzt einfach das ist kein geskript ist das video oder sonst irgendetwas ich ich möchte einfach endlich dass die leute die wahrheit gehen das ist kein geskript ist das video oder sonst irgendwas ich rede ich rede hier einfach halt freestyle und muss wie gesagt einfach zugeben dass leider vieles was jeder gesagt hat tatsächlich stimmt aber das tut mir halt bis heute einfach unnormal leid und das schlimmste ist dass ich nicht mal nur online gelogen habe um meinen ruf oder sonst irgendwas zu retten sondern ich hatte bisher nicht mal die eier mich irgendwie mal vor gina zu rechtfertigen oder das zuzugeben oder sonst irgendwas aha die passen zusammen diese ganzen anschuldigungen die stimmen alle diese ganzen vorwürfe dass er seine freundin geschlagen haben soll er hat es im internet verleutert also er stand gar nicht dazu er sagte dann denke ich mal an dass es nicht stimmt dass sie lügt er hatte nicht die was denn hier los alter was denn was denn was denn mein gott boah stehen geblieben keine ahnung aber ja ok so eine kurzfassung nehme ich mal an ich habe das ganze jetzt selber nicht ganz verfolgt ich habe nur dieses video von der frau gesehen die geschlagen worden ist die arme das tut mir einfach so unnormal leid das ding ist dass ich einfach selber klarkomme dass ich das damals gemacht habe das bin halt einfach nicht ich das ding ist wir waren halt wir waren halt zu derzeit einfach getrennt und dina hatte dann was mit einem anderen typen und an sich ist es ja auch gar kein problem wir waren getrennt ey so das ding ist es gab dann halt es war halt in der zeit wo es schon wieder so aussah wie ey da gibt es chancen so und ich hab gina wirklich immer wer kann dann aufhören zu weinen der red doch mal wie ein mann jetzt alles geliebt und ich liebe sie auch immer noch über alle ich verstehe jetzt aber gar nicht warum er sich jetzt vor uns sag ich mal rechtfertigt und seine sorgen also jane geh doch dann zu gina zu seiner freundin ex freundin keine ahnung digger was jetzt da bei euch ist und steh doch mal deinem mann sag entschuldigung ne rede doch mit ihr darüber bitte um verzeihung und äh warum heute jetzt vor der kamera verstehe ich nicht digger so jane jane du musst uns und du musst dich doch nicht vor uns rechtfertigen so ich für mich kommt das nur so rüber dass er jetzt einfach irgendwie bemitleidet werden will er erst am heulen durch geht mit seinen fake drüsen irgendwie dass wir jetzt sagen oh der arme der sieht das ganze ein so jane was soll das jetzt bringen dieses video verstehe ich nicht auch wenn ich das vielleicht auch nicht zeige oder so aber sie ist mir wirklich so wichtig es tut mir auch mega leid wenn ich irgendwie im stream irgendwie komisch zu ihr bin oder so Leute in die kommentare schreiben dass ich sie irgendwie scheiße behandle und ich mir so denke ja man warum mach ich das eigentlich man warum bin ich so warum warum na ok aber da siehst du mal digger wenn man im internet gegen alles und jeden versucht zu schießen immer einen auf klug scheiße macht weißt du und gegen jeden hetzen tut und immer wieder ne diese ganzen schichelereien so irgendwann trifft das auf dich selbst du digger ja digger passiert ist jetzt alles zurückgekommen das leben hat zurückgeschlagen jetzt bist du der ne der hm bitteschön digger warte mal zurück zum thema eine Person hat mir dann auf jeden Fall geschrieben aber es mit Person nichts zu tun hatte und ich wusste das vorher einfach nicht wir waren vorher im Kino es war alles super man ich bin rüber gegangen ich wollte einfach nochmal in der Abu-Feld schneiden und dann habe ich ja diese Nachricht bekommen und ich habe sogar nur aus Gagern Gina geschickt weil ich dachte ey da war wieder irgendwer scheiße mein Gott irgendwelche Zuschauer so und dann hat sie mich einfach rüber geholt und gesagt dass sie eigentlich mit einer Person gestorben hat ich habe zu ihr einfach gesagt dass sie gehen soll sie da jetzt einfach die Wohnung verlassen ich habe zu ihr einfach gesagt dass sie gehen soll sie da jetzt einfach die Wohnung verlassen weil ich schon gemerkt habe dass ich gerade echt die Passung verliere das ist ja unglaublich nah gegangen sie hat mich so verletzt in diesem Moment und sie hat gesagt sie geht nicht aber ich habe mir dann voll die Backe frei für gegeben ja sag mal so Digga wenn du eine Frau verlässt wenn du sie nicht mehr möchtest ihr das Gefühl gibst dass du nicht mehr Teil ihres Lebens sein möchtest wenn du sich von ihr distanzierst was erhoffst du dir Digga ist doch selbstverständlich dass diese Frau sich wieder neu aufrappelt dass sie wieder äh ein Neustart anfängt weißt du und einen neuen Mann kennen lernt so ist doch normal Digga da brauchst du dich nicht zu wundern wenn sie einen neuen Mann hat einen neuen Macker und dann ist vielleicht auch mit dem der Kiste treibt weißt du ist dein Pech wenn du nicht einsiehst was du verloren hast und einfach sowas wichtig ist was dir sehr wichtig war wenn du sowas gehen lässt Digga dann brauchst du dich nicht zu wundern weißt du das sind die Folgen danach aber dann so zu handeln Digga was nichtmals in deinem Besitz ist was nicht je gehört so wäre das deine Frau und würde die fremd gehen würde ich das verstehen sag ich offen und ehrlich würde ich verstehen aber wenn sie dir nicht gehört und ihr nicht zusammen seid wenn sie einen neuen hat und du deswegen aus hast und sie kaputt schlägst Digga weil du irgendwie Ego-Probleme hast und nicht dazu stehen kannst dass du immer noch verliebt in sie bist weißt du aber es ihr irgendwie nicht zeigen willst weil du Prozente hast und sagst komm geh obwohl du es gar nicht so meinst weil du einfach nicht weißt was du willst weil du dir nicht im Klaren bist dann brauchst du dich nicht zu wundern wenn sowas passiert Digga und dann eine Frau zu schlagen die Hand zu erheben Digga das ist unter aller Sau das machen nur wirklich das machen ich will ja keine Kraftausdrücke benutzen aber das machen kleine Kinder das machen Menschen das machen Männer die sonst nichts anderes drauf haben die haben nix Digga du bist so ein Typ in meinen Augen so du würdest dich keine Ahnung draußen niemals prügeln du würdest sofort die Polizei rufen so aber sofort wenn du siehst da ist jemand Schwächeres vor dir in dem Fall eine Frau greifst du zur Hand und dann so in meinen Augen sehe ich dich so sorry aber ist so Digga weil ich bin komplett dagegen Digga wenn man eine unschuldige Frau schlagen tut dann ist dieser Mann bei mir vorbei dann ist das das größte Opfer Digga komplett aus perfekt ich hab gar nicht drüber nachgedacht was ich da tue oder sonst irgendwas ich war einfach weg und ich hab dir dann irgendwie gesagt ey ich werf jetzt deine Sachen raus ich muss dir keine Ahnung machen ich kann es einfach nicht richtig ja und jetzt Digga warum heult der denn jetzt was will der denn jetzt von uns sollen wir jetzt sagen oh armer KuchenTV wir verzeihen dir alles ist gut oder was Digga was tut uns das Digga dein Streit dein Beziehungsstress mit dir und deiner Freundin erklär das mit ihr Digga und jetzt versuchst du dich nur hier im Internet alles wieder hier in Ordnung zu biegen weißt du weil du ganz genau weißt okay du bist am Arsch Digga alles kam in die Öffentlichkeit weißt du ABK hat die Wahrheit ausgepackt im Video jetzt bist du am Arsch Digga jetzt kannst du dich nicht mehr rechtfertigen jetzt musst du heulen jetzt hast du keinen Ausweg mehr ja bitteschön Digga das ist passiert musst du einstecken musst du einstecken das ist passiert Digga dann hab ich irgendwie das Schlafzimmerfenster aufgemacht und wollte dann irgendwie ihre Sache rauswerfen ja ich weiß nicht Gina hat dann irgendwie die Tür wieder die Zins dann wieder zugemacht oder so dann wollte ich sie einfach aus der Wohnung ziehen ich wollte sie einfach nicht da haben ich wollte ihr nicht weh tun oder sie verletzen sie sollte einfach gehen ich wollte einfach mit dieser Situation kommen ich muss denken das war halt schwer es war irgendwann 23 Uhr oder sonst irgendwas sie hat da einfach niemand passieren kann dann ist er nicht rausgegangen ich wollte sie einfach nicht los auslachen ich hab angefangen ihr Klamotten zu ziehen an sie zu ziehen sie einfach zur Tür zu ziehen ich wollte ihr nicht weh tun und ich wollte sie nicht verletzen ich wollte nur dass sie weg ist ja aber Digga wenn die Frau nicht gehen will dann pack doch deine Sachen und geh doch einfach raus Digga dann geh doch einfach draußen an die frische Luft geh meinetwegen ein bisschen spazieren ruf einen Kollegen an red mit denen versuch dich abzuregen immer Ruhe bewahren aber ein Mann darf niemals die Fassung verlieren Digga niemals aggressiv werden dafür habe ich jetzt kein sag ich mal ähm kein Mitleid Digga ich seh da keinen keine Rücksicht so nee so warum ich würd jetzt sagen so du musst als Mann die Kontrolle beherrschen das ist immer noch deine Frau Digga du hast sie geliebt du liebst sie immer noch wie kannst du sie schlagen Digga hast du sie noch alle oder was die ist einfach nicht gegangen die ist einfach nicht gegangen ich war einfach komplett weg ich war einfach nicht mehr bei meinem Sinn das hatte ich noch nie noch nie in meinem Leben hatte ich das egal was passiert ist was für einen Stress man hatte ich hatte das noch nie ja ich hab ihr an den Hahn gezogen ich hab an ihr gezogen ich wollte einfach nur dass sie geht ich wollte einfach nur dass sie geht ich weiß nicht wie das ganze weiter lieb irgendwann haben wir halt im Bett und ich stand halt über ihr ich stand halt über ihr und hab dann ich wollte sie halt wieder vom Bett runter ziehen und ich wollte sie halt einfach vom Bett runter ziehen ich hab dann irgendwie weggerutscht oder so und bin dann auch mit meinem Fuß auf den Kopf gekommen das war nicht meiner Absicht es tut mir so leid einfach es tut mir so leid wie oft will er sich ja entschuldigen so wir können doch jetzt nichts dagegen tun Digga es passiert so warum entschuldige er sich bei uns ja 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 geh und sag das ihr Digga ich weiß doch gar nicht warum der durchgehend heulen tut wie kann man wie kann man so lange heulen und da Bruder schluck einmal kurz in Luft trink Wasser und red wie ein Mensch er muss doch nicht einen auf Mitleid hier heulen dabei reden und sagen jedes Mal es tut mir leid es tut mir leid so macht die Sache jetzt nicht besser Digga ich hab sie dann später noch mit nem Besen gedroht und hab ja gesagt also es macht die Sache nicht vergessen sag ich mal so ich wollte nicht damit schlagen und hab's auch nicht gemacht ich wollte einfach nur Druck aufbauen sie sollte einfach gehen ich wusste nicht was ich noch machen soll egal was ich gemacht hab sie ist einfach nicht gegangen ich hab so Dinge aus was machst du jetzt du willst einfach nur dass sie geht das ganze ging dann so weiter dass ich die Situation eigentlich schon wieder beruhigt hatte so dann hat China halt die Polizei gerufen und absolut zurecht hat die mich rausgemacht Digga absolut zurecht ich hätte es nicht gemacht und ich hab's einfach nur so getriggert ich war komplett überfordert mit dieser ganzen Situation und dann liegst du da um ein und nachts oder so aus deiner Wohnung raus und hab dann halt diese dummen Storys gemacht und ich dachte ey ich fixe jetzt endlich mal das ist einfach so ihre Luft ich hab das ganze damals einfach nur was sicherlich hingezogen weil ich wusste dass mir das keiner zutraut weil ich bin kein Schläger das müsst ihr mir glauben deabonnier Digga dass du kein Schläger bist glauben wir dir Digga du kannst dich auf jeden Fall nicht draußen schlagen aber du bist ein Frauenschläger ganz einfach einmal Frauenschläger, einmal Frauenschläger sag ich mal so Digga meine Meinung Hattet mich, hatet mich, nislack dieses Video spuckt mich auf der Straße es ist mir egal aber wir müssen ja glauben dass ich kein Frauenschläger bin ich hab noch nie gemeint oder irgendjemanden angewendet weder an meinen Sohn noch Freunde, Feinde oder meine Freundin oder sonst irgendwas das war das einzige war das ich mich wirklich einfach nicht unter Kontrolle hatte weil ich einfach psychisch einfach am Ende diese ganze Situation davor ja mit Trennung, nicht Trennung was ist jetzt das hat mir Kopf so krass gefickt und das sind keine Ausreden auf gar keinen Fall ich hätte in der Situation einfach gehen sollen ich hätte einfach gehen sollen ja fertig das wäre das Beste Digga ich hätte einfach gehen aber dann hängt man jetzt im Moment einfach nie dran ich hab Gina nie wieder irgendwas getan wirklich nie wieder wie sie mir glauben ich mach mir Gina vielleicht nicht so wie sie es verdient aber ich kriege keine Schmerzen zu ich schlag sie nicht ich schlag auf meinen Sohn nicht oder irgendjemand anderen Digga schlag deinen Sohn das ist schlimm Bruder wir haben Aufschläge bekommen wo wir noch klein mal ein Scheiße geworfen haben das gehört zur Erziehung dazu aber eine Frau zu schlagen das tut man nicht Digga das gehört nicht dazu ich danke ABK wirklich von Herzen dass er das nochmal aufgegriffen hat ja ja genau angeblich du dankst ABK von Herzen dass er dieses Video nochmal veröffentlicht hat genau ja ja du lagst bestimmt zu Hause bist verzeifelt und denkst dir einfach nur scheiße ich wird auseinander genommen dieses Video wird wurde wieder zum Leben erweckt und jetzt musst du dich rechtfertigen wenn ABK dieses Video nicht veröffentlicht hätte hätte sie dich doch nie dafür gerechtfertigt Digga weißt was ich meine du bist dazu jetzt gezwungen dich recht zu fertigen und du sagst dir einfach das ist die beste beste weise einfach vor der Kamera heulend und Verzeihung zu bitten damit du vor deinen Fans nicht schlecht dastehen tust genau das was du jedes Mal versuchst mit anderen YouTubern wie ABK dass du ihn versuchst schlecht darzustellen Digga ja damit alle ihn hassen ja davor hast du gerade Angst wenn ich jetzt einfach die Eier die Scheißpferde habe endlich zu meinen Taten zu stehen und endlich auch öffentlich zu sagen ja ja ich habe niemand geschlagen aber das tut mir so unermal leid ich habe das niemandem erzählt nicht mal meine besten Freunde wissen das ich glaube ich erzähle ihnen das nicht mal bis ich das Video hochgeladen habe nicht mal meine eigene Mutter habe ich das erzählt weil ich mich so sehr vor mir selber schäme dass ich das nicht meiner Mutter erzählen konnte weil sie mich immer gut erzogen hat weil wir selber geweiht davon haben und dann mache ich das selber bei anderen ich habe mich so krass vor mir selber geschämen und auch immer noch und ja bei der ABK Reaction in der ersten war ich einfach sauerhart getroffen weil ich genau wusste was ich getan habe und ich hatte dieses Thema komplett vergessen und verdrängt und ich wusste das scheiße Digga bei seiner Community mit den ganzen Leuten die jetzt wieder TikTok Videos machen ich muss mich damit jetzt wieder tagelang auseinandersetzen und das Ding hat mich schon vorher einfach mega mitgenommen und das tut mir einfach so unermal leid und das tut mir einfach so unermal leid er weint aber noch 10 Minuten durch wie schafft man das? das frage ich mich gerade und ich weiß auch dass ich könnte jetzt auch einfach weiter lügen und sagen ey wir sagen nichts mehr dazu aber ich bin da alleine aus Respekt vor Gina muss mir dieses Video einfach drehen ich habe mir die Kommentare angeguckt die sie damals während dem Livestream bekommen wirklich niemand an ihr geglaubt wirklich niemand und das trifft mich heute einfach so hart weil sie absolut recht hatte mit dem was sie gesagt hat und niemand hat ihr geglaubt und ich saß genau neben zwei Kollegen und das wir haben uns immer lustig gemacht weil ich auch einfach wusste ey, geht's dann nimm's ernst und das tut mir wirklich gleich alles so leid ich weiß auch nicht was ich noch dazu sagen soll es tut mir einfach unermal leid dass ich das gemacht habe ich schäme mich einfach wirklich so krass vor mir selber dass ich das gerade habe und mich bis heute nicht mal mein Tina dafür entschuldigt habe was meine ich damit Digga bevor du da 12 Minuten vor der Kamera rumholst Digga steh mal deinen Mann fahr zu ihr nach Hause ne bring mal bisschen Rosen mit bisschen Schokolade eine kleine Überraschung kauf dir mal was schönes und sag ey es tut mir leid dass ich das und das gemacht habe vielleicht wirst du mir nie wieder verzeihen können aber ich bitte so sehr darum einfach um Seelenfrieden zu schließen ich hab's früher getan ich hatte mich nicht unter Kontrolle verzeih mir ich werde der Öffentlichkeit sagen dass du im Recht warst und ich gelogen habe bla bla selbst wenn sie dir nicht verzeiht standest du wenigstens deinen Mann und hast es versucht Digga aber sowas Digga bevor du deinem Mann bei ihr stehst kommst du auf YouTube dich ausholen Digga was ist das denn? keine Ahnung wahrscheinlich haten mich jetzt wohl wieder aber es tut mir doch einfach grad so gut weil ich endlich weiß dass ich mit dieser scheißen Lüge aufhören kann weil ich endlich Gina ins Gesicht kommen kann und ihr einfach sagen kann dass es mir leidtut was ich damals gemacht hab vielmehr möchte ich dazu auch nicht sagen keine Ahnung ich weiß nicht was ich noch sagen soll man keine Ahnung es tut mir einfach nur leid es ist nie wieder sowas massierend und ich hatte wirklich Angst vor mir selber warum ich so ausgerastet bin das hatte ich noch nie in meinem gesamten Leben warte ich glaub er könnte ins diese World Rekorde Rekorde Bucht da reinkommen Digga also wenn morgen bei denen ich Galileo Big Pictures anrufe ne der Mann der am längsten geweint hat dann war ich ja auch nicht weiter Digga er hat einfach offiziell Video mit Beweis wie lange er geweint hat auf jeden Fall keine Ahnung ich kann nicht mehr dazu sagen keine Ahnung ich bin einfach ich bin einfach froh dann bin ich jetzt raus es tut mir so unnormal leid und ich kann es nicht wieder gut machen ich kann es nicht ungeschehen machen und China tut mir einfach leid weil ich sie so hart damit verletzt habe und sie sogar trotzdem wieder zu mir zurückgekommen ist Ach krass sie ist sogar zurückgekommen und du hast dich dennoch bis heute nicht bei ihr entschuldigt und deinem Mann gestanden obwohl er wieder zusammensitzt und sie zurückkam ojojo das ist hart Digga das ist hart und die ist ein dann und dann gibt es einfach noch alles klar keine Ahnung Digga was das für ein Video war was das sollte. Aber das Leben schlägt immer zurück, Freunde. Vergiss das nicht. Eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Entweder so wie ich oder komplett das Gegenteil sagt ihr irgendwie so ich hab voll Mitleid und ich find's gut, dass ihr sich da rechtfertigt und dass ihr das Ganze einsieht. Und das auch nur erst nachdem ABK alles aufgedeckt hat. Mit dem ganzen Video und so weiter. Aber okay. In dem Sinne, das war's mit der Reaction. Wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao. Outro